Heute arbeiten wir wieder ein bisschen an unserem Korbleger, aber auch an unserem Zusammenspiel. Ihr braucht wieder einen Partner, ihr stellt euch gegenüber hin und guckt euch an und geht ein paar Schritte auseinander. Ich dribble jetzt gleich los und übergebe Leo den Ball auf der Hälfte der Strecke und Leo macht dann einen Rechtskorbleger. Das sieht dann so aus. Dann nimmt Leo den Ball, geht auf die Seite und wir machen das Ganze genau anders. Ich mache dann natürlich einen Linkskorbleger. Das Ganze macht ihr zehnmal, also jeder fünf Korbleger und dann wechselt ihr die Seite. Das heißt, Leo geht jetzt da rüber im Fall und ich hier rüber und ich mache jetzt einen Rechtskorbleger. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal.